Marco Peuchter, Managing Director Go Viral. Was sind die zentralen Herausforderungen für Unternehmen in der Bewegtbild-Kommunikation? Wie können sich Unternehmen optimal platzieren? Die wichtigste Herausforderung für ein Unternehmen sollte natürlich sein, erstmal eine Strategie aufzusetzen, was ich mit dem Bewegtbild überhaupt erreichen möchte. Denn nur meine Produkte vorzustellen, wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern ich sollte ein Gesamtkonzept aufstellen. Wofür möchte ich Bewegtbild nutzen? Die Bitkom-Studie, die letzte Woche herausgekommen ist, zeigt, dass Videos mit eines der wichtigsten Themen sind innerhalb von Social Media, mit denen sich Unternehmen gerade beschäftigen. Also muss ich mich auch erstmal hinsetzen und sagen, was kann alles passieren, wenn ich Bewegtbild einsetze. Und die große Herausforderung darin ist dann natürlich, wie bringe ich dieses Bewegtbild überhaupt zu meinen potenziellen Kunden? Denn von alleine kommen die User nicht auf mich zu, nur weil ich das Video bei YouTube platziert habe. Wunderbare Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage, nämlich was sind die zentralen Herausforderungen, wenn man das Video auch verbreiten, sieden, distribuieren will? Welche Inhalte kann man denn überhaupt wie sieden und wie verbreiten? Sehr banal ausgedrückt würde ich mich als Marketingleiter in dem Unternehmen einfach mal hinsetzen, meinen TV-Spot anschauen und mich selber fragen, würde ich den denn weiterleiten? Jetzt vielleicht nicht mit dem Blickwinkel, dass es meine Produkte sind, sondern weil der Spot interessant ist. Das Storytelling im TV funktioniert einfach anders, als es im Internet funktioniert. Ich muss an allererster Stelle den User neugierig machen, innerhalb der ersten fünf bis zehn Sekunden, dass er sagt, das interessiert mich, da bleibe ich dran, das möchte ich mir bis zu Ende anschauen. Und wenn ich es mir bis zu Ende angeschaut habe, dann will ich es auch noch weiterleiten. Marco Preuchter, wir bedanken uns ganz herzlich. Vielen Dank von meiner Seite.